Schwarze Noppenböden oder Noppenteppiche. Noppen wie Kegel, wie ungetretig Tränen, wie kleine Männchen. Was diese Noppen bedeuten, ist klar. Blaue Krachelwände, einzelne Krachelstücke, die herausfallen. Mikrokacheln, was das Wort Kracheln bedeutet, ist auch klar. Grüne, fahlgrüne Türen, Eingangstüren, die sich immer weiter nach unten fortsetzen. Mit Beschlägen, daran viele, viele Postkarten in Orange, abstechend vom gelangweilten Grün, aber zu klein, um zu erkennen, was für Bildchen oder Schriften darauf sind. Was Türen bedeutet, was Postkarten bedeutet, ist klar.